So, weiter geht's hier mit dem Training. Ich werde jetzt mal auf Mittel schalten. Wir machen noch mal einen zufälligen Start. Mal gucken, was passiert. Clan Arena. Machen wir. Mittlere Stufe. Team Blau. Auf geht's. Zwei gegen zwei. Hier seid ihr. Ja, der Rohde ist da nehm. Wie soll ich denn noch kriegen? Wo ist er denn? Ich krieg das hin? Wo dann jetzt? Abgehen. Zwei gegen zwei. Ja, das kann ja was werden. 3, 2, 1, beginn. Wauw. Und dann. Wauw. Ist er oben, ja. Ist er oben, ja? Oh ja. Wow. So, haben wir das auch geschafft. Nächste Runde. Das ist Kollege. Das ist nicht Kollege. Ja. 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 Entschuldigung, jetzt bist du mir im Weg. Ich muss mal in Position bringen. 3, 2, 1, beginn! Den krieg ich doch nicht. Wie ist das heiß? Ich bin der andere wieder im Weg hier. Jetzt mal traf ich meinen Kollegen. 3, 2, 1, beginn! Was macht ihr denn? Ah hier! Hier versteckt ihr euch! So, ich ist gegen 2. Das funktioniert. Na gut, haben wir mal verloren. Das ist ja nicht schlimm. 3, 2, 1, beginn! Ja. Woop. Ja. 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 Upp! So. Wieder in Positionenring. Wo bist du denn drauf? Ganz schön schwer wie das da ist. Entschuldigung Entschuldigung Ja Entschuldigung, bisschen mehr im Weg Was ist denn jetzt nur? Ach ja So 3 2 1 Begin So, Moment Bin ich ganz zu veranlas lang hier Oh, Hallöchen Ich bin ja der Einzige gegen euch Tschüss Wenn ihr mal hinterherkommen wollt Wenn ihr mal hinterherkommen wollt 46 Punkte Nicht schlecht